Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr bei Google Tabellen auf- oder abrunden könnt. Ich werde hier einfach mal eine Zahl eintragen, und zwar 1234,4321, und möchte jetzt hier in dieser Zelle die Funktion einmal anwenden. Ich gebe einfach ein Gleichheitszeichen ein, gefolgt vom Funktionsnamen, und ich hatte ja gesagt, wir fangen mit Abrunden an, also schreibe ich das hier hin. Und nachdem ich die geöffnete Klammer eingetragen habe, kriegen wir auch schon einen Hinweis, was erwartet wird. Bei Abrunden ist auf jeden Fall ein Wert erforderlich, und wir befinden uns jetzt gerade da. Und wir haben aber die Möglichkeit, nach dem Semikola noch die Anzahl der Stellen einzugeben. Und genau das wollen wir jetzt auch gleich tun. Wir könnten jetzt den Wert direkt hier hinschreiben, also wir hätten jetzt hier auch hinschreiben können, 1234,4321. Aber wir wollen ja ein bisschen flexibler sein und werden einfach eine Zelle angeben. Also die Koordinaten, das heißt, wenn wir hier reinklicken, steht hier automatisch B3, und das sind halt die Koordinaten von dieser Zelle hier. Nachdem ich ein Semikolon eingebe, kann ich jetzt die Anzahl der Stellen eintragen. Und hier ist sehr, sehr wichtig, ihr müsst euch vorstellen, die 0 bedeutet so viel wie halt genau ab der Position der Kommastelle. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine 1 eingeben, dann bekommen wir eine Nachkommastelle, gebe ich eine 2 ein, zwei Nachkommastellen und so weiter. Wenn wir jetzt in die andere Richtung sogar abrunden wollen, dann müssen wir Minuswerte nehmen. Das heißt, genau bis zum Komma ist halt die 0. Aber möchten wir zum Beispiel hier bis 1230 dann sozusagen abrunden, also dass die 4 sozusagen abgerundet wird, müssen wir eine Minus 1 eingeben. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich gebe erstmal zwei Nachkommastellen ein. Das heißt, ich möchte das Ergebnis so haben, dass wir Komma 43 haben und gebe eine 2 ein. Ich werde die Klammer schließen, um die Funktion jetzt komplett abzuschließen und drücke Enter. Und ihr seht, wir haben soweit abgerundet, dass die Nachkommastelle 2 und 1 halt wegfällt. Ich klicke nochmal doppelt drauf und ich hatte ja gesagt, ich kann auch in die andere Richtung abrunden. Das heißt, gebe ich zum Beispiel jetzt hier statt der 2 eine Minus 2 ein, dann wird abgerundet und zwar eben bei der 4 und der 3 wird dann auf 0 abgerundet. Wir drücken Enter und dann sehen wir, bekommen wir 1200 raus, weil genau ab dieser Position Minus 2 entsprechend abgerundet wurde. Mit dem Aufrunden verhält sich das ganz genauso. So, im Prinzip können wir jetzt die Funktion einfach umändern, also den Namen ändern, weil die Parameter sind die gleichen. Ich klicke hier doppelt drauf und schreibe statt Abrunden einfach mal aufrunden. Und als erster Parameter bleibt ja auch hier natürlich dann der Wert. Man könnte jetzt hier die Zahl direkt hinschreiben, aber wir haben uns ja dazu entschieden, eine Zelle auszuwählen. Hier steht jetzt B3. Theoretisch könnte man sogar ganze Funktionen hier noch eintragen. Und wir hatten ja B3, das ist halt diese Zelle. Und als zweiter Parameter eben Minus 2. Das können wir natürlich auch alles ändern. Ich hatte ja gesagt, die Kommastelle ist sozusagen die 0. Und wenn wir Minus 2 eintragen, auch beim Aufrunden verschiebt sich das Ganze nach links. Das heißt, Minus 2 bedeutet, dass eben 4 und 3 aufgerundet wird. Obwohl das ja theoretisch bei normalen Runden abgerundet werden würde. Aber wir sagen ja knallhart aufrunden. Also kommt als Ergebnis 1300 aus. Das hängt damit zusammen, dass eben nach der 2 noch eine Zahl steht. Und hier wird, wie gesagt, sobald hier eine Zahl größer als 0 ist, eben entsprechend aufgerundet. Und Minus 2 bedeutet insgesamt 1300. Und ich drücke Enter und schon bekommen wir 1300 raus. In die andere Richtung geht es genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, statt Minus 2 gebe ich meinetwegen auch mal eine 3 ein. Und dann geht es natürlich in die andere Richtung. Und wir würden jetzt aufrunden. Und hier nochmal als Hinweis, wir haben ja nach der 2 eine 1. Und deswegen wird trotzdem eben bei der Funktion Aufrunden aufgerundet. Das heißt, wir bekommen jetzt 1234,433 raus. Ich drücke Enter und das ist halt das Ergebnis. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen und sehe euch bestimmt beim weiteren Tutorial von mir. Bis dahin, ciao. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.